Hallo Welt da draußen, das ist jetzt dann die zweite Folge von Surfing Linux. Mein Name ist Stefan Pfister. Ich habe mir wieder einen netten Gast eingeladen. Heute spreche ich mit Andreas Göbel. Hallo Andreas. Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung. Kann geschehen. Hat ein bisschen gedauert, aber heute hat es geklappt. Wir sitzen beide vor dem Rechner und unterhalten uns über Linux in der Schule. Oder möchtest du noch über andere Themen reden, Andreas? Ich mache natürlich auch, ich bin ja Musiklehrer unter anderem auch. Also wenn wir da mit Musik mit Linux da auch noch ein bisschen hinkommen, können wir auch gerne mitplaudern. Aber ich betreue halt das Medienkonzept an meiner Schule und betreue auch das technisch zusammen mit einem Kollegen. Von daher sollte das wohl schon der Schwerpunkt sein. Informatik mache ich auch. Das kann man dann berücksichtigen. Aber Musik eben auch. Also in die Richtung können wir auch gerne ein bisschen abschweifen. Sehr gerne. Ich spiele selber in zwei Orchestern. Möchtest du anfangen und das Konzept mal vorstellen, was ihr da an der Schule fahrt? Ja, also bei uns hat sich das so ein bisschen historisch ergeben mit Linux an der Schule. Ich bin schon sehr lange an meiner Schule, 22 Jahre. Und die alteingesessenen Hasen werden sich ja erinnern, dass es im Windows-Bereich immer mal so ein paar einschneidende Änderungen gab. Eine einschneidende Änderung war, dass Microsoft Office ja umgestellt hat auf diese Ribbons, die am Anfang sehr unbeliebt waren. Und da haben wir die Gelegenheit genutzt, weil uns auch die damals vor allem die Lizenzkosten genervt haben für Office, dass wir dann einfach gesagt haben, da machen wir jetzt mit OpenOffice damals noch, heute LibreOffice weiter, was noch ein normales Menü hat, sodass die Leute dann damit eigentlich besser klarkamen als zu Hause mit der aktuellen Word-Version. Da haben wir also damals noch Windows eingesetzt auf den Schulrechnern, aber dann schon mal auf LibreOffice umgestellt und auch sonst eigentlich nur freie Programme verwendet unter Windows damals. Also das heißt LibreOffice, Firefox, so die üblichen Verdächtigen. Und dann kam etwas später dann das Support-Ende von Windows XP. Das hatten wir ja jetzt auch wieder mit Windows 7, aber damals war es Windows XP. Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt unsere ganzen Rechner wegschmeißen, die kein Windows 7 unterstützen, installieren wir doch Linux drauf. Es gab halt auch, das muss man fairerweise zugeben bei uns, Kompetenzen im Linux-Bereich. Also wir haben einen festangestellten Admin, der selbst vorwiegend Linux einsetzt und ich selber setze auch schon seit meinem Referendariat zumindest parallel zu Windows Linux ein. Das heißt, da gab es erhebliche Kompetenzen und dann sind wir da umgestiegen. Und dadurch, dass die Kolleginnen und Kollegen dieselben Programme vorgefunden haben, die sie von vorher gewöhnt waren, war das eigentlich dann kein Problem. Ja, und jetzt hat sich das Ganze so stark erweitert dadurch, dass ja nun in der Regel, also an vielen Schulen praktisch erwartet wird, dass die Schülerinnen und Schüler auch mit digitalen Endgeräten arbeiten. Und da haben wir jetzt seit letztem Jahr ein Konzept, dass flächendeckend von den Eltern Geräte angeschafft werden, die wir dann in der Schule mit Linux betreiben. Da kann ich dann gerne auch im Detail ein bisschen mehr dazu erzählen. In Niedersachsen ist es allerdings so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vom Schulträger oder vom Land kommt da nichts. Also bezahlen müssen das alles die Eltern, was die Geräte der Schüler betrifft. Wir hatten zwischendurch auch Tablet-Klassen. Ich bin an einer Schule in Bayern und da mussten die Eltern diese auch selber bezahlen. Inzwischen ist man bei uns von den Tablet-Klassen weggegangen. So nach dem Motto, die Schüler bringen jetzt freiwillig ihre Endgeräte mit. Also das trifft für die Hälfte zu, nicht für alle. Okay, und klappt das, wenn man da so einen Mischmasch hat? Ja, kurz zu unserer Klassenzimmer-Situation. Wir haben in allen Klassenzimmern inzwischen Active Boards. An der Rückwand der Active Boards hängt so ein kleiner Intel-NUC-PC. Auf dem läuft ein R-Server. Also wir haben in dem Fall eine Luxussituation. Wir haben ein gut funktionierendes WLAN. Und die Schüler können mit Android, mit Apple-Geräten und mit Windows-Geräten auch in das WLAN rein. Und können sogar am Active Board projizieren. Wir Lehrkräfte haben als Dienstgerät ein Surface von Microsoft. Oh, schick. Und das wird dann auch von allen Kollegen gerne auch benutzt. Und wir haben jetzt an der Rückwand der Klassenzimmer noch die alten Kreidetafeln, aber die kein Mensch mehr verwendet. Und da ist auch keine Kreide mehr da. Und man ist jetzt auch darauf angewiesen, dass man sein Tafelbild auch auf dem Surface macht. Also wenn man noch so ein Tafelbild erstellt mit Handschrift, braucht man die Handschriftverarbeitung. Ja, ich meinte jetzt aber auch mit Mischmasch, dass dann ja, wenn du sagst, die Hälfte der Schüler hat jetzt kein Gerät, fühlen die sich dann nicht benachteiligt irgendwie oder? Ja, das läuft jetzt darauf hinaus, dass ich als Lehrer dann noch flexibler sein muss als sonst üblich. Also ich muss mir dann überlegen, habe ich jetzt eine Klasse, wo dann die Hälfte eigene Geräte dabei hat, da muss ich nur die Hälfte kopieren. Kernelement meines Unterrichts ist OneNote und die Schüler haben alle Zugriff auf OneNote. Und wenn sie jetzt kein digitales Endgerät weiter dabei haben, also kein Tablet oder Laptop, dann greifen die mit ihrem Handy drauf zu, wenn die sich da was durchlesen sollen. Und ansonsten kriegen sie wie gewohnt von mir Kopien. Und es ist bei OneNote jetzt auch kein großes Problem, wenn die Schüler dann, wenn ich als Deutschlehrer Übungsaufsätze einsammle, wenn sie die dann abfotografieren und hochstellen. Und ich korrigiere die dann. Naja, das dachte ich mir schon, dass man dann da so eine Mischkalkulation fahren muss. Bei uns war jetzt halt einer der Punkte, wo wir gesagt haben, wir wollen das ein bisschen vereinheitlichen, war, dass man in Niedersachsen für Mathematik einen mindestens grafikfähigen Taschenrechner verwenden muss. Und die Dinger kosten allein schon, also wir hatten den TI-Enspire CX-Kass, der kostet so je nach Händler 130, 140 Euro. Und da kamen natürlich auch immer mal die Anfragen von Eltern, ja, das kann man doch alles auch mit dem Handy machen. Handy im Unterricht, vor allem in Klausursituationen, haben wir dann allerdings auch kritisch gesehen. Das ist auch überhaupt nicht erlaubt, dann in zentralen Prüfungen. Und dann haben wir uns nach dem Konzept umgesehen, wie wir vielleicht das so kombinieren können, dass die Geräte halt für Mathe als Taschenrechner benutzt werden, dass das Ganze dann auch prüfungssicher abbildbar ist bis zum Abitur, dass wir die dann auch im Abitur einsetzen können. Und dann ein weiterer Grund, weswegen wir gesagt haben, es müssen jetzt alle Schülerinnen und Schüler so ein Gerät haben, war, dass wir jetzt Pflichtinformatikunterricht haben ab Klasse 9. Und wenn dann jetzt plötzlich alle Informatik machen, dann wird es ein bisschen knapp mit den klassischen Computerräumen. Dann hat der Stundenplaner da ganz schön Not, die alle unterzubringen. Und dann kommt ja noch hinzu, dass dann andere Klassen, die vielleicht auch mal am Computer was arbeiten wollen. Und also wir machen das ab Klasse 9 mit den eigenen Geräten. Also wenn ich jetzt mit einer siebten Klasse mal was recherchieren will oder eine Präsentation machen will und die Räume sind dann schon mit Informatikunterricht belegt, naja, dann können die anderen Klassen das halt praktisch nicht mehr nutzen. Also das war jetzt so einige Gründe, pragmatische Gründe, dass wir gesagt haben, wir machen das ab Klasse 9 mit allen. CAS war das, glaube ich, mit diesem grafikfähigen Taschenrechner. Das war auch in meiner Schule so der Hauptgrund, dass am Schluss noch eine letzte Tablet-Klasse gefahren wurde in dem vergangenen Schuljahr. Im kommenden Schuljahr wollen sie das irgendwie mit Software abdecken und da müssen die Schüler dann wohl ihr eigenes Endgerät mitbringen. Ja, dann geht es ja nicht mehr ohne. Auch wenn ich meine Mathematik kann man ja an vielen Stellen auch schön ohne Rechner machen. und den eigenen Kopf benutzen, aber da muss man sich natürlich auch an die Bestimmungen halten. Also bei uns in Niedersachsen ist es auch so, dass das Abitur ohne ein leistungsfähiges CAS dann auch nicht lösbar ist einfach. Und dann muss man auch entsprechend eingearbeitet sein und die Software dann halt schon jahrelang vorher benutzt haben. Sonst hat man da einen großen Nachteil. Ja, soll ich ein bisschen was erzählen, wie es dann da zu Linux gekommen ist, oder? Ja, und vorher hätte ich aber noch ganz gerne gewusst, welche Geräte verwenden denn die Schüler? Also wir haben es jetzt so gemacht, wir wollten ganz gerne nicht exakt vorschreiben, was die Schüler für Geräte verwenden. Vor allem für den Fall, dass die vielleicht sowieso schon ein Notebook haben oder dass von den Eltern von der Arbeit was ausrangiert ist, was noch gut geht. Und deswegen machen wir es also so, dass wir die Geräte vom Stick starten, von dem sogenannten Lernstick. Das ist so ein Linux-Schulsystem, was in der Schweiz entwickelt wird und auch eine Prüfungsumgebung hat. Und das hat den Vorteil, dass dann die Geräte, wo in der Regel Windows drauf ist, in der Schule vom Stick gestartet werden können, ohne dass wir das Windows dann löschen müssen. Also gerade, wenn das jetzt vielleicht von den Eltern ein Gerät war, wo noch Daten drauf sind oder wie auch immer, ich meine, so eine Windows-Lizenz kostet ja auch Geld, wollen wir jetzt ungern von der Schule aus löschen. Und wir starten die also vom Stick. Und die Maßgabe ist erstmal, dass es irgendein Gerät sein muss, was also Linux vom Stick startet. Und das sind in der Praxis eigentlich alle Windows-Geräte, mit ganz seltenen Ausnahmen. Also wenn das jetzt einen ARM-Prozessor hat, zum Beispiel das Surface X hat ja keinen Intel-kompatiblen Prozessor mehr. Das funktioniert damit halt nicht. Aber ansonsten funktioniert eigentlich praktisch alles, was ein Intel-Prozessor hat. Ausgeschlossen sind damit halt die Android-Tablets und die iPads. Ja, die Apple-Geräte, die sehr beliebt sind bei den Schülern, gehen dann schon mal nicht damit. Ja. Also ich muss sagen, ich habe auch einen gewissen Anteil von Schülern, die kommen inzwischen mit iPad in die Schule. Was auch sehr praktisch ist für Unterrichts-Mitschriften. Also gibt es halt schöne Notizsoftware wie GoodNotes und Notability. Und damit arbeiten die Schüler sehr, sehr gerne und führen da ihr digitales Heft. Ja, also wir empfehlen schon, Geräte zu nehmen, die halt einen Stift haben und eine Stift-Unterstützung und ein Touchscreen. Das ist auch für digitale Schulbücher schöner. Da hatten wir jetzt zum Beispiel das Lenovo IdeaPad Duet 3. Habe ich dann vorher auch mal getestet, ob es funktioniert vom Stick. Und da ist dann schon gleich ein Stift dabei und funktioniert gut mit Linux, was vom Stick gestartet wird. Und für Notizen verwenden wir dann das Journal++-Programm, was eine sehr gute Stift-Unterstützung hat. Und dann kann man da also ähnlich arbeiten. Das Journal++ hat den Nachteil, dass die Handschrift irgendwie so als Layer abgespeichert wird. Es wird eine zusätzliche Datei erstellt zur PDF-Datei, wenn ich damit eine PDF-Datei annotiere. Und dieses Handschrift-Layer hat einen absoluten Pfad zur Original-Datei gespeichert. Wenn ich jetzt auf meinem Windows-Gerät sowas anlege, mit Handschrift bearbeite und greife dann von meinem Linux-Desktop von zu Hause aus auf den Cloud-Speicher zu und versuche dieselbe Datei mit Journal++ zu öffnen, dann kommt eine Fehlermeldung bzw. der Hinweis, dass da die Handschriften fehlen und ich soll jetzt dann eine Datei auswählen. Ja gut, solange die Schüler dann auf ihrem einen Gerät das machen, treten diese Probleme natürlich nicht auf. Da wirst du vermutlich dann über einen PDF-Export gehen müssen, dann wird das ja zusammengeführt. Ja, man müsste es als PDF dann nochmal neu speichern, dann sind die Handschriften festkodiert in dem PDF. Da kann man sich auch nicht mehr so unerwartet was ändern. Ja, also ich vermute, die machen das so, technisch gesehen, du kannst, wenn du es mal ausprobieren willst, mit Journal auch sehr, sehr große PDF-Dateien annotieren, mit vielen hundert Seiten. Ich habe das schon mal gelegentlich mit anderer Software probiert und die stürzt du dann ab oder es ist zu viel Speicher oder sonst was und Journal macht das klaglos. Für die ist dann so eine PDF-Datei praktisch so ein Hintergrund. Aber Journal, ich meine, der Grund, weswegen wir das verwenden, das ist unter Linux einfach das beste Programm für diesen Zweck, weil es halt sowohl den Stift als auch den Touchscreen gut erkennt und man erwartet ja von so einer Software, dass ich halt mit dem Stift schreiben und mit dem Finger halt wischen und zoomen kann und viele andere Software, also es gibt ja zum Beispiel auch Openboard, das ist ja so eine offene Tafel-Software und da muss ich dann per Hand diese Tools aber einstellen, dass ich entweder den Stift nehme oder halt einen bewegen und zoomen kann und das finde ich also für so, gerade also wenn man jetzt so ein Tablet oder Convertible hat, dann ist das Journal die beste Software eigentlich. Vielleicht sollte man mal anregen bei den Softwareentwicklern, dass da der relative Pfad abgespeichert wird. Nicht der absolute Pfad. Ja, ich habe ja natürlich auch einen GitHub-Account, da kann ich denen das ja mal sagen. Dann könnte man das auch über die Cloud leichter austauschen und von verschiedenen, also mit verschiedenen Geräten auch dieselbe Datei dann unter verschiedenen Plattformen bearbeiten. Ja. Ja, gut und ansonsten war es halt so, dass, also wir hatten halt die Linux-Erfahrung in der Schule und wenn ich jetzt ein einheitliches System haben will, das ist halt mit Linux gut machbar, weil ich dasselbe System auf verschiedenen Geräten starten kann. Das liegt ja daran, dass bei Linux halt die Treiber alle im Kernel sind und ob ich das jetzt in einen Surface reinstecke, den Stick oder in Lenovo Convertible, das ist dem System relativ egal. Das heißt, ich kann halt für alle dasselbe System vorbereiten und bei Windows würde das, also ist mir nicht bekannt, es gibt so Notfall-Windows-Sticks, die man dann starten kann, aber das ist keine richtige Windows-Installation und dadurch können wir dann für alle Geräte dasselbe System verwenden. Das machen wir mit den Schulrechnern auch so. Also wir verwenden in der Schule als System Linux-Muster und verteilen da die Images auf alle Rechner und wir haben für alle Rechner vom uralt Lenovo Notebook bis zum aktiven Tafelsystem, also wir haben auch so aktive Tafeln mit dem Rechner drin, die verwenden alle dasselbe System und es funktioniert mit sämtlicher Hardware. Das ist natürlich sehr praktisch, dass ich als Admin dann nur eine Installation pflegen muss. Das klingt alles sehr beeindruckend. Wie ist so die Zufriedenheit mit der Verarbeitung des Stiftes und der Handschrift auf den Linux-Rechnern? Also kann man da flüssig schreiben? Sieht die eigene Handschrift dann auch so aus wie die eigene Handschrift? Da muss ich jetzt gestehen, habe ich noch nicht so die ganz großen Erfahrungswerte. Wir machen es erst seit einem Jahr und im letzten Jahr war der Start und ich hatte blöderweise letztes Jahr keine eigene Klasse mit den Geräten. Und weil ich dann Corona sei Dank letztes Jahr auch ziemlich lange krank war, habe ich dann da nur so das Nötigste gemacht. Deswegen kann ich jetzt nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Ich selber verwende schon seit Jahren den Lenovo Convertible und mache meine ganze Tafelbilder damit und habe damit eine sehr gute Handschrift. Meine Frau, die hat ein iPad und schreibt da mit dem Stift und die sagt, boah, damit kann sie gar nicht schreiben und wenn ich aber wiederum ihr iPad nehme und den Stift, dann kann ich damit nicht schreiben. Das heißt, ich glaube, es ist viel Gewöhnungssache. Wo man dann natürlich mal gucken muss im Detail ist, dadurch, dass wir die Geräte ja nicht vorschreiben, sind das dann unterschiedlich gute unterschiedlich gute Stifterkennungen. Also mein Lenovo Convertible hat beispielsweise Technologie von Vacom drin und das ist halt super. Ich meine, Vacom ist ja so die beste Firma da im Bereich Grafiktabletts und so. Und es gibt aber auch einfachere Stifterkennungen, die dann weniger Erkennungspunkte haben und da sieht die Schrift dann schon so ein bisschen krakeliger aus. Und man muss dazu sagen, Vacom unterstützt Linux auch sehr gut. Ja, ja. Und da, also sagen wir mal so, wir können in Niedersachsen ohnehin nicht so ganz weggehen von dem Schreiben auf Papier. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber zentrale Prüfungen müssen in Niedersachsen auf Papier geschrieben werden. Da haben wir auch gerade einen relativ neuen Erlass. Ich habe diesen Erlass sehr intensiv verfolgt und da war in der ersten Anhörfassung war noch drin, dass dann in Zukunft auch Abiturarbeiten auf dem Gerät geschrieben werden können. Das haben die dann aber später wieder rausgestrichen. Und deswegen denke ich, man muss jetzt, finde ich, nicht alles auf dem Gerät schreiben. Also, weil sonst entwöhnen die sich von dem Papier und stehen dann am Ende in Klausuren da und können nicht mehr gut auf Papier schreiben. Wo es natürlich total praktisch ist mit dem Stift, ist halt, wenn man jetzt so Arbeitsblätter vorgibt und dann soll da was reingeschrieben werden oder ergänzt werden. Aber ich weiß nicht, also schreibt ihr dann alles, die Leute, die da einen Surface haben, schreiben die dann alles da rein oder machen die da auch so ein bisschen gemischt was? Ja, es ist bei uns im Prinzip dieselbe Situation. Also auch bei uns werden alle schriftlichen Leistungserhebungen auf Papier geschrieben. Also da führt auch kein Weg dran vorbei. Und ich habe dann auch Schüler bei mir drin sitzen, die sagen von sich aus, wenn sie einen Übungsaufsatz dann schreiben sollen, ich mache das natürlich auf Papier, dann übe ich schon mal für die Schulaufgabe. Bringt mir ja nichts, wenn ich das jetzt hier einfach eintippe und in der Schulaufgabe darf ich nicht tippen, da muss ich mit der Hand arbeiten. Also es gibt bei uns keine Möglichkeit, das elektronisch zu machen. Es gab mal einen Ausnahmefall Inklusion, da war eine behinderte Schülerin, da wurde zugestanden, dass sie das am Laptop machen darf. Das sind aber wirklich dann ganz, ganz seltene Ausnahmen. Ja, wir hatten es auch ein paar Mal, tatsächlich schon zwei oder dreimal, einfach wo dann eine Verletzung vorlag, Sehnscheidenentzündung oder so, wo wir dann auch erlaubt haben, dass das am Laptop geschrieben werden darf. Aber da wurde es ja dann nicht mit dem digitalen Stift gemacht, sondern halt getippt. Ja. Ja. Also, ja, insofern, ich kriege jetzt, ich bin sehr gespannt, ich kriege jetzt eine eigene Klasse als Klassenlehrer in Musik und Mathe, die dann jetzt auch in Klasse 9 anfangen mit den Geräten und dann werde ich da das genauer beobachten können, wie gut das dann klappt mit dem Schreiben. Also bei mir selber klappt es sehr gut. Meine eigene Handschrift hat sich seitdem auch verbessert. Nicht, weil ich sage, auf dem digitalen Gerät schreiben ist jetzt noch besser als auf Papier, aber es ist auf jeden Fall für die eigene Handschrift besser, als wenn man an die Tafel mit der Kreide schreibt. Weil das ist eine ganz andere Motorik. Man schreibt dann ja viel größer. Und ich benutze also meine Handschrift viel mehr, seit ich meine Tafelbilder am Gerät mache. Das ist eine gewisse Trainings- und Gewöhnungssache. Also wenn man es gewohnt war, regelmäßig an die Tafel zu schreiben, dann konnte man da auch eine schöne Schrift kultivieren. Und umgekehrt auf den digitalen Geräten habe ich auch die Erfahrung gemacht, am Anfang hatten wir als Dienstgeräte die iPads. Und da war öfters mal so der Vorwurf, das ist wie das Schreiben auf einer Glasplatte. Das hatte ich nie so empfunden. Also ich bin mit GoodNotes sehr gut zurechtgekommen und fand das Schreiben auch sehr angenehm. Dann bekamen wir die Surface und da ist die Stiftspitze weicher. Also ähnelt mehr dem normalen Schreiben. Und nachdem ich eine Zeit lang auf dem Surface geschrieben hatte und dann das iPad wieder benutzte, musste ich feststellen, jetzt hatte ich dann das Gefühl, beim iPad auf einer Glasplatte zu schreiben. Ja, bei meinem Lenovo ist es auch ähnlich. Relativ weiche Stiftspitze. Und ich glaube, das ist der Grund, weswegen ich auf dem iPad meiner Frau nicht schreiben kann und umgekehrt. Das ist schon ganz schön anders. Dann gibt es noch das Problem mit der Software, die die Handschrift verarbeitet. Also in Bayern, in der Bayern-Cloud beziehungsweise im früher bekannten Mabis, da hat man so die Mabis-Tafel eingeführt. Und da wollte man auch Handschrift unterstützen und man schreibt da natürlich dann mit Handschrift da rein und erstellt Tafelbilder. Und die läuft im Browser und das scheint ein Problem zu sein. Handschrift im Browser da mit Software ordentlich umzusetzen. Da gibt es einen Nachzieheffekt und die Schrift wird dann digital verändert. Man merkt es dann. Das sieht dann ein bisschen anders aus als die Linie, die man dann eingegeben hat. Und das macht ja im Prinzip jede Art von Software, die dann die Handschrift weiterverarbeitet. Die einen machen es deutlicher, die anderen weniger deutlich und manchmal erstellen die unangenehme Sachen. Ich vermute, dass das wahrscheinlich dann BigBlueButton war, was da integriert war. Da habe ich während Corona auch viel mitgearbeitet. Ich glaube, die haben einfach weniger Punkte, die sie dann, also die setzen die Striche der Handschrift gröber zusammen. Und wir haben dann allerdings trotzdem die Kolleginnen und Kollegen gebeten, mit diesem BigBlueButton-Tafelersatz zu arbeiten, weil es halt vom Netzwerk her viel weniger Bandbreite braucht, als wenn ich jetzt meinen Bildschirm spiegle. Ich kann natürlich sonst Bildschirmspiegeln nach Belieben da auch eine andere Software nehmen, aber das kostet ganz schön Bandbreite, was dann diesen BigBlueButton-Server sehr stark belastet hat. War nicht direkt BigBlueButton. Also es ist eine eigene Entwicklung in Bayern. Trotzdem, die müssen wahrscheinlich auch irgendwie zugesehen haben, wie sie da ein bisschen Bandbreite sparen und dann war das dann wahrscheinlich ein bisschen gröber. Aber ich glaube, dass das dann unbedingt online laufen muss, brauchen wir ja zum Glück nicht mehr. Ja, das war jetzt auch mehr so für die Lehrerseite, dass man also das aufruft, diese Mebis-Tafel und dann den Schülern da was zeigt. Das war jetzt nicht für den Distanzunterricht gedacht, sondern für den Einsatz in der Schule. Das Stichwort projizieren ist gefallen. Kann man mit den Linux-Geräten projizieren oder ist das nur für die Schüler gedacht? Wenn jetzt ein Schüler ein Referat hält, kann er mit seinem Linux-Gerät dann nach vorne projizieren? Das kann man allerdings. Allerdings, wir haben also Boards von i3 und die Technologie, die dann mit Linux funktioniert, ist Chromecast. Das heißt, ich kann einen Chrome- oder Chromium-Browser starten und dann den Bildschirm streamen. Entschuldige. Bildschirm oder ein Tab nur? Beides. Geht beides. Also ich kann einen Browser-Tab streamen, ich kann aber auch den ganzen Bildschirm streamen. Da ist es so, dass es nicht zuverlässig läuft leider. Ob das jetzt an den Boards liegst oder an den Linux-Geräten, das kann ich dir nicht sagen. Hinzu kommt, was wir außerdem machen, ist, dass wir die Software Wayon einsetzen. Das ist der Nachfolger von iTalk. Ich weiß nicht, ob du dafür mal was gehört hast. Ist mir neu. Ich lerne gerne dazu. Ja, es ist eine Unterrichtsklassenraum-Software für Windows und Linux, funktioniert die, wo du dann praktisch alle Schülerbildschirme in so einer Briefmarken-, in so einer Thumbnail-Ansicht erst mal sehen kannst. Und wenn jetzt einer was zeigen will, dann kann man den Bildschirm einfach auf groß stellen. Und dann hat man ein bisschen mehr Latenz, als wenn man das jetzt über so ein Streaming-Tool macht, wie jetzt Chromecast oder von Apple das, Apple TV. Aber das funktioniert ganz gut, bis darauf, dass wir im letzten Schuljahr hat unser Schulträger unser WLAN komplett neu gemacht. Und damit so eine Softwarelösung funktioniert innerhalb der Schule, müssen dann bestimmte Ports freigegeben werden. Und dann habe ich da ewig lang mit den Support-Leuten geredet. Das dauert ja dann immer. Das heißt, wir hatten jetzt das Bayon noch nicht im letzten Schuljahr. Aber in diesem Schuljahr, ich habe es jetzt also gegen Ende des letzten Schuljahres hingekriegt. Ich kann dann also, die Schülerbildschirme ist ja sowieso ganz gut, wenn man da drauf schauen kann. Und dann kann ich, wenn einer was zeigen will, das projizieren. Wir hatten, bevor wir damit angefangen haben, ein Pilotprojekt mit Linux-Netbooks damals noch. Und da hatte ich die Software auch schon. Das ist sehr praktisch. Also für eine Präsentation oder wenn man Ergebnisse zeigen will, dafür ist das super. Das höre ich jetzt zum allerersten Mal so projizieren mit Linux. Die meisten winken dann immer ab, so nach dem Motto, geht nicht, gibt es nicht. Keine Miracast-Unterstützung? Naja, also es gibt, ne Miracast geht glaube ich nicht. Also wie gesagt, die Technologie, die kommerzielle Technologie, die funktioniert, das Chromecast. Wenn ich jetzt mit, ich habe ja auch Informatik als Fach im Informatik-Leistungskurs, habe ich dann einfach, da haben die dann alle Notebooks, habe ich gesagt, naja gut, ich mache hier einen BigBlueButton-Server auf, teile mal deinen Bildschirm. Also wir haben Moodle an der Schule als LMS und einen integrierten BigBlueButton-Server und dann habe ich dann auf der Moodle-Seite des Kurses, den BigBlueButton-Server, den nenne ich dann nicht mehr Videokonferenz, sondern den nenne ich Plenum. Und dann können die Schüler auch darüber projizieren. Das ist sehr praktisch, weil im Informatik-Leistungskurs, das sind ja dann ältere Schüler, die haben, da hatten wir noch nicht das Konzept mit den Endgeräten für alle und die haben dann gemischt Windows, Linux oder Mac. Und BigBlueButton funktioniert ja dann bei allen und dann arbeite ich halt darüber. Der Grund, weswegen sowas selten verwendet wird, ist, dass das halt nicht mit iPads funktioniert. iPads können keinen Bildschirm teilen über BigBlueButton. Das geht dann wiederum nur mit Apple-Tools. Aber das ist, sagen wir mal, ein bisschen umständlicher, also ich muss ja dann erstmal an meinem Rechner diesen BigBlueButton halt starten, aber mit fähigen Leuten, also im Informatik-Leistungskurs zum Beispiel, ist das halt auch eine Sache nur von einer Minute. Also tatsächlich, im Informatik-Kurs arbeite ich damit viel. Und dann ist es nicht nur mit Linux möglich, sondern halt eben plattformübergreifend möglich, weil im Informatik-Leistungskurs verwenden die halt auch keine iPads, weil die ganzen Programmierumgebungen gibt es nicht fürs iPad. Also Informatik machen wir mit, ich sage mal, mit richtigen Rechnern. Ja, die schönen Äpfel-Rechner, die das Programmieren nicht erlauben. Es gibt also Möglichkeiten zum Projizieren. Okay, also wir verwenden hier auch eine Art Moodle in Bayern. Und das wird jetzt immer stärker propagiert. Also ich bin an einer Fachober- und Berufsoberschule. Bei mir sind die Schüler also von 16 an aufwärts. Wir sind sowas wie eine separate Oberstufe. Und in Bayern gab es früher also die Babys-Plattform. Das ist so die Lernplattform, die basiert auf Moodle. Ja, ja, weiß ich. Also die Bayern-Eigenlösung. Und die haben jetzt das Ganze noch größer gemacht und nennen das jetzt Bayern-Cloud. Und haben das um zahlreiche zusätzliche Dienste erweitert. Also es ist jetzt, ja, es sind bestimmt 20 oder 30 Anwendungen jetzt auf dieser BY-ZS-Homepage, die man dann für den Unterricht dann auswählen kann. Ja. Naja, gut, das heißt, ihr werdet das aber weiter so machen, dass ihr dann praktisch völlig freilasst, was die Schüler dann für Geräte mitbringen oder wie? Im Moment ist es so vorgesehen. Das läuft auf Bring-Your-Own-Device hinaus. Aber wir haben ja jetzt in Bayern die staatliche Offensive, dass ab 25 jeder Schüler dann ein digitales Gerät bekommt. Bekommt, also vom Staat. Also die Details sind mir jetzt auch noch nicht so ganz klar. Mich hat das auch ein bisschen überrascht, als ich das vor kurzem dann gelesen hatte. Das war so in der breiten Fläche jetzt nicht so öffentlich propagiert irgendwie. Aber man hat das jetzt wohl ernsthaft vor. Aber die Details, die sind noch unbekannt. Ja, in Niedersachsen war das ja Wahlversprechen bei der letzten Landtagswahl, dass es Endgeräte vom Land gibt. Und ich habe natürlich, weil ich das Ganze koordiniere an unserer Schule, dann halt direkt nach der Wahl nachgefragt. Und dann hat es erst geheißen, ja, wir müssen erstmal Haushaltsverhandlungen führen. Dann habe ich dann ein halbes Jahr später nochmal nachgefragt. Und dann hat man, sagen wir mal, so ein bisschen unverbindlich mir gesagt, ja, wir würden Ihnen raten, bei Ihren eigenen Konzepten zu bleiben. Und das heißt also, momentan ist das offenbar nicht finanzierbar. Und deswegen sind wir dann bei unserem eigenen Konzept geblieben. Aber es ist ja auch, ich meine, es ist halt sehr, sehr teuer. Ja, also die, ich habe jetzt, ich gucke natürlich immer, was für Geräte geeignet sind für unser Konzept. Und ich habe jetzt angefangen, den Eltern zu empfehlen, ein gebrauchtes Lenovo Yoga zu kaufen. Da gibt es hochwertige Geräte, die früher, also aus Businessbeständen, die kosten jetzt inklusive Gebrauchtgarantie für ein Jahr irgendwie so 250 bis 300 Euro. Da ist dann auch schon ein Stift dabei. Und dieses Lenovo IdeaPad, wenn man jetzt lieber ein Neugerät haben will, da ist auch schon ein Stift dabei und eine Tastatur. Kostet alles inklusive 500 Euro, was für mich persönlich eigentlich so die Grenze ist. Aber wenn ich mir jetzt ein iPad mit Tastatur und Stift kaufe, dann bin ich ja ganz schnell bei 700, 800 Euro. Ja, die lassen sich alle bezahlen, wobei das normale iPad eher in der Vergangenheit mit Stift relativ günstig war. Ja, aber noch nicht mit Tastatur, ne? Nicht mit Tastatur, nein. Ja. Also momentan, ich weiß nicht, das iPad 9 gibt es noch in Auslaufbestände, aber das iPad 10, das ist schon ganz schön teuer geworden. Und ich sage mal so, wenn man sich anschaut, was die Handys kosten von Apple, dann merkt man schon, in welcher Preisklasse die sich eigentlich gerne aufhalten. Ja, Apple eigenes Thema für sich. Also die fertigen ja billig in Fernost. Und insofern ist es schon ein bisschen verblüffend, welche Gewinnspanne die dann erzielen und welche Preise dann angesetzt werden. Ja, wie gesagt, also ein Grund bei uns dann, also Linux verwenden, wir haben dadurch auch überhaupt keine Probleme mit dem ganzen Bereich Datenschutz, weil die Daten alle auf dem Gerät bleiben. Ihr selber werdet wahrscheinlich gucken müssen mit eurer OneNote-Lösung, ist es jetzt erlaubt oder ist es zumindest geduldet. Unser Datenschutzbeauftragter hat also da keine grauen Haare und ich selber muss jetzt auch nicht gucken, weil ich einfach weiß, ich habe da Privacy by Default, das ist sehr angenehm. Und für Informatik sind die Systeme halt auch sehr geeignet. Und da muss ich halt, wenn ich iPads habe, muss ich halt über irgendwelche Web-Tools gehen, um überhaupt Programmentwicklung machen zu können. Es gibt mittlerweile für jüngere Kinder gibt es natürlich schon auch Apps, wo man so spielerisch programmieren lernen kann. Aber wenn es dann Richtung Oberstufe geht, wird es dann schwierig. Wichtige Frage, ihr startet ein Linux-Betriebssystem per USB-Stick, wo werden permanente Daten abgespeichert? Also das ist ein relativ ausgefuchstes System, dieser Lernstick. Das Betriebssystem selbst ist halt fest auf dem Stick und dann gibt es ein sogenanntes Overlay-Betriebssystem, Quatsch, Dateisystem, Entschuldigung, wo dann die Daten permanent abgelegt werden. Zusätzlich machen wir dann aber in den Einführungsstunden im Unterricht eine Nextcloud-Synchronisation. Wir haben einen eigenen Nextcloud-Server an unserer Schule und sagen dann die wichtigen Daten, also zum Beispiel der Dokumenteordner, der soll synchron sein mit der Nextcloud. So dass, wenn jetzt so ein Stick mal kaputt geht und da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, so ein USB-Stick geht halt schon schneller kaputt als eine Festplatte, dann haben die dann trotzdem ihre Daten. Zumindest dann, wenn sie sich an die Anleitungen alle gehalten haben, die wir ihnen gegeben haben. Also das heißt, die wichtigen Daten liegen in der schuleigenen Cloud. Dadurch, dass der Server in der Schule geht, steht, habe ich da aber auch kein Problem mit dem Datenschutz. Wir sind ja die datenverarbeitende Behörde, für die Schüler. Aber grundsätzlich sind die permanenten Daten auch auf dem Stick. Die werden dann auf dem Nextcloud-Server gespiegelt, also auf dem Nextcloud-Speicher. Okay. Also wir hier in Bayern haben natürlich auch ein Datenschutzproblem und es wird nicht so gern gesehen, dass wir Office 365 in der Schule verwenden. Und vom KM gibt es halt eben jetzt so groß propagiert dann auch die Bayern-Cloud-Schule. Und die verwenden OwnCloud jetzt seit Neuestem. Das heißt, jede Lehre hat ein bestimmtes Kontingent an OwnCloud speichern, kann das dann auch auf seinen verschiedenen Geräten synchronisieren und die Schüler natürlich auch, sofern sie in der Bayern-Cloud registriert sind. Und die wollen verstärkt, dass wir dann das benutzen. Ja. Aber die haben leider kein Nextcloud, sondern OwnCloud. Ja, wobei ich glaube, das ist doch ziemlich dasselbe, oder? Ja, OwnCloud ist Closed-Source, Nextcloud ist Open-Source. Ach, ist das jetzt geclosed? Das heißt, war das dann so, dass die Nextcloud da abgeforkt haben, als OwnCloud das geclosed hat oder sowas? Nextcloud ist ein Fork von OwnCloud. Weil ich dachte, deswegen dachte ich, das wäre ziemlich dasselbe. Ja. Die unterscheiden sich wohl von der Bedienung her nicht großartig. Es gibt wahrscheinlich ein paar Einzelentwicklungen, die bei Nextcloud vorhanden sind, bei OwnCloud nicht. Aber so bei einer Grundfunktionalität merkt man kaum einen Unterschied. Ich habe jetzt da beides bei mir laufen, zu Testzwecken. Ich habe eine eigene Nextcloud gehostet extern und habe dieses vom OwnCloud, vom BY-CS da bei mir installiert. Das gibt sich nicht viel. Also wir haben halt in der Nextcloud auch das Office drin, Collabora Office. Das verwenden wir allerdings vorwiegend für die Zusammenarbeit von Klassenteams, also von Lehrerteams. Da ist es natürlich total praktisch. Du kennst das ja, sonst schreibt man zehn E-Mails hin und her, bis man dann mal so ein Dokument fertig hat. Das ist viel einfacher, wenn man da gemeinsam dran arbeiten kann, sodass jeder immer die aktuelle Version hat. Wenn jetzt Schülerinnen und Schüler Office lernen sollen, dann finde ich es halt schon praktischer, wenn das auf dem Gerät selbst läuft, weil wir sind eine sehr große Schule mit über tausend Schülern. Bei uns gibt es noch keine so mächtige Cloud in Niedersachsen, als dass da ein Office drin wäre. Das heißt, da wären wir dann auf unseren eigenen Server angewiesen und dann wird es ganz schön eng mit der Leistungsfähigkeit, weil so ein Office, was in der Cloud läuft, das schluckt schon richtig Leistung. Und ich denke mir auch, dass Microsoft da natürlich seine Marktmacht ausnutzt und leistungsfähige Servers zur Verfügung stellt, wo die Leute sagen, oh, das funktioniert ja prima. Aber die machen damit natürlich auch Werbung. Und wenn man selber so einen Server bereithalten will, dann merkt man, ja, so ein Server braucht dann halt richtig viel Leistung. Ja, und muss betreut werden, immer wieder mal. Also so von der Bayern Cloud, das scheint ganz gut zu funktionieren, aber wir hatten in der Vergangenheit natürlich immer wieder die Erfahrung, wenn es von vielen Leuten gleichzeitig gebraucht wurde, dann gab es da schon mal Ressourcenengpässe. Deswegen wurde in der Corona-Zeit auch heftig darüber gespüttelt. Und das läuft ja dann bayernweit so, dass alle Schularten drauf zugreifen. Das ist im Prinzip eine Homepage, die dann von allen Leuten angesteuert wird, die dann auf die anderen Dienste dann weiter verzweigt. Und in der Corona-Zeit hat man da sehr schnell gemerkt, da gibt es Engpässe, da muss mehr aufgestockt werden. Und das hat man jetzt inzwischen gemacht. Und ich frage mich aber trotzdem, was passiert, wenn wieder mal alle Leute gleichzeitig alles nutzen? Hält es dann im Ansturm stand oder nicht? Aber also, ist irgendwie gerade Chefsache. Also, die scheinen das zu wollen, also müssen sie es auch entsprechend ausbauen. Man muss, ich meine, ich betreue ja bei uns auch den Server so ein bisschen mit, da muss man natürlich sagen, das ist halt auch ein bisschen gemeine Anforderung. Natürlich dimensioniert man so einen Server so, dass er halt die normale Last leisten kann. Und wenn jetzt plötzlich alle auf einmal das benutzen, das ist ja 20 Mal mehr, sage ich mal, schätze ich mal. Warum sollten sonst alle Klassen plötzlich gleichzeitig irgendwie so ein Online-Office nutzen? Das ist ja ein Fall, der nicht eintritt. Und wir hatten es zum Beispiel so, während Corona haben wir dann bei einer Firma einen Big Blue Button Cluster hosten lassen, wo dann halt also mehrere Server mit automatischem Load Balancing für unsere Schule zur Verfügung standen. jetzt, wo das dann nicht mehr so häufig benutzt wurde, haben wir dann den Cluster gekündigt und haben jetzt wieder nur einen Server. Aber das dann immer, also von so einem, immer praktisch die 20-fache Anzahl an Servern zu betreiben mit Stromkosten und allem für den Fall, dass es mal alle auf einmal benutzen, das ist halt schon eine unrealistische Anforderung, würde ich mal sagen. Ja, das ist nachvollziehbar. Aber es gibt so gewisse Stoßzeiten, wenn um 8 Uhr früh dann in allen möglichen Klassenzimmern gleichzeitig darauf zugegriffen wird. Ja. Da gab es in der Vergangenheit dann auch schon mal Datenengpässe. Ja. Und bei mir an der Schule ist es so, ich bin MEBIS-Koordinator, das heißt, ich bin der Administrator für die Bayern Cloud Schule. Aber bei mir an der Schule benutzen es wenige. Und daher fehlen mir da die aktuellen Erfahrungen, wie es im Moment so ist mit dem Datendurchsatz. Ja. Also ich weiß auch nicht, ich selber bin da, ich meine, ich mache schon sehr lange IT und ich finde, wenn ich ein gutes Programm auf dem Gerät habe, was keine Cloud braucht, dann benutze ich doch das. Also ich sehe das nicht so, dass alles in der Cloud laufen muss. Das hat vielleicht auch zu tun mit meiner, dadurch, dass ich Musiklehrer bin und halt ja dann auch Audioaufnahmen gerne mache und solche Sachen. Sowas funktioniert ja zum Beispiel ganz schlecht in der Cloud. Stichwort Latenzen und Aussetzer und solche Sachen. Und dann sage ich mir, na gut, die Dinge muss ich dann ja auch, dafür brauche ich ja noch einen leistungsfähigen Rechner. Und dann kann ich doch meine sonstige Arbeit auch auf dem Rechner machen. und dann eher so über zum Beispiel über so einen Nextcloud-Synchronisationsdienst, dann wichtige Daten kann ich ja dann trotzdem teilen mit anderen. Also ich sehe das ein bisschen skeptisch mit der Cloud. Ist halt für die Verantwortlichen bequem, weil sie sagen können, ja, wir bieten euch ja was an hier, dann habt ihr alle die Software. Aber wie gut das dann im Detail funktioniert mit verschiedenen Endgeräten, ist dann glaube ich nochmal wieder eine andere Sache. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also man braucht immer wieder lokale Software und synchronisiert dann am besten die Daten mit der Cloud. Ja. Man bearbeitet die nach Möglichkeit nicht in Echtzeit in der Cloud. Ja, und das ist jetzt zum Beispiel auch der Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen dann ein einheitliches System haben in der Schule, was bei uns dann halt vom Stick läuft, weil ich sonst schlecht Schnittmengen finde an guter Software, zumindest zwischen den Desktop-Plattformen und den Mobil-Plattformen. Also ich finde problemlos Software für alle drei Desktop-Plattformen, also für Linux, Windows, MacOS. Da gibt es genug. Ich finde auch relativ gut Software, die gleich ist unter iOS und Android. Aber wenn man dann alle in einen Topf schmeißt, also zum Beispiel Notizsoftware, ja, also Handschrift, Journal läuft auf Linux, Windows, Mac, läuft aber nicht auf iOS und Android. Umgekehrt, was nehmt ihr da? Wie heißt das? OneNote. OneNote. OneNote von Microsoft. Gut, OneNote läuft natürlich im Browser, aber da habe ich wiederum das Datenschutzproblem. Ich meine, dann muss ich ja, allein schon dadurch, dass ich mich da anmelden muss, muss dann der Datenschutzbeauftragte klären. Du hast ja selber gesagt, wird bei euch auch nicht so gerne gesehen. Also wenn ich da jetzt eine Software haben will, die grundsätzlich datenschutzkonform ist, dann wird es dann auch schon eng, wenn ich jetzt alle Plattformen einsetze. Also OneNote läuft tatsächlich auf allen Plattformen und nicht nur im Browser. Das ist eine Möglichkeit, OneNote zu starten. Es gibt da halt schöne Apps für iOS, für Android. Es läuft natürlich auf Windows. Und wenn ich unter Linux drauf zugreifen will, dann bin ich auf den Browser angewiesen. Da gab es mal so eine separate App, aber das war so eine Web-App. Also im Prinzip war das eine separate Browser-Instanz, die man aufgerufen hat, als Einzelapplikation, die dann OneNote in sich gestartet hat, wie auch immer. Und die Schüler haben bei uns alle einen Microsoft-Account. Die haben alle einen Schüler-Account über die Schule und haben Zugriff auf das volle Office-Paket und wir sind eine berufsbildende Schule und insofern macht es vor dem Hintergrund auch Sinn, weil die Schüler im Arbeitsleben mit dieser Software konfrontiert werden. Das ist so für uns der große Rechtfertigungsgrund, weshalb wir es noch benutzen dürfen. Ja, wir sind halt allgemeinbildende Schule. Das heißt, wir arbeiten sowieso exemplarisch, und da sage ich, dann ist es eigentlich egal, welche Office-Suite ich verwende, solange ich die Grundprinzipien gut vermittle, mit harter versus weicher Formatierung, Formatvorlagen und solche Sachen. Das kann ich ja mit jeder Office-Software machen. Und ich hätte dann ein Problem, wenn ich sagen würde, es muss jetzt jeder einen Microsoft-Account haben. Ja, das hat alles so seine zwei Seiten. Also die Schüler verwenden ihren Microsoft-Account ja auch dann nur für die schulischen Sachen, also den Account, den sie von uns als Schule kriegen. Ja. Also unser Datenschutzbeauftragter ist immer ganz froh, dass wir das so machen, dann hat er da weniger graue Haare zu kriegen. Und ich wiederum habe, ich meine, das siehst du ja auch in Mastodon, da wird ja dann immer, ja, ist das erlaubt, ist jenes erlaubt. Ich habe den Vorteil, ich spare mir Zeit dadurch, dass ich das halt nicht erst recherchieren muss, ob die Dinge erlaubt sind. Weil ich weiß, die Daten bleiben auf dem Gerät. Ja. Wobei schon traurig ist, dass es dieser Konzern nicht bekommt, da irgendwie so Datenschutzauflagen einzuhalten. ja, naja, die wollen, ich denke schon, dass das auch ein Machtspiel ist. Also die wissen, dass speziell, ich meine, Schulen ist ja, sagen wir mal, für Konzernen wie Microsoft nur ein Nebenschauplatz, aber dann halt auch die ganzen Sachen mit Behörden, Regierungen und so, die wissen, dass die abhängig sind von Microsoft und dann wollen die halt, die wollen, denke ich, die Bedingungen diktieren. Das ist, glaube ich, auch so ein Machtspiel. Das kann gut sein. Lass uns mal zu einem erfreulicheren Thema wechseln. Audio unter Linux, Musik machen unter Linux, finde ich jetzt sehr spannend. Was machst du so im Einzelnen? Also es ist so, dass in den 90er Jahren noch, also da, ich hatte da einen Windows-Rechner und ich hatte eine Cubase-Lizenz mir gekauft und habe da Audio gemacht mit Cubase und in den 90er und frühen Nullerjahren muss man sagen, dass Echtzeit-Audio ein Grund war, nicht Linux zu verwenden. Das war da weit hinterher. Mittlerweile hat sich das ganz stark gebessert. Es gibt also viele gute Software. Ich selber verwende die Software Q-Tractor. Das ist ein Audio- und MIDI-Sequencer für Linux. Es gibt den latenzarmen Audio-Treiber Jack. Das ist das, was unter Windows ASIO ist. Unter Windows nimmst du ja auch nicht den normalen Windows-Audio-Treiber, sondern nimmst ASIO. hast dann latenzarmes Audio und hast wie unter Linux üblich halt eine ganze Fülle von Open-Source-Plugins auch, auf die du zurückgreifen kannst. Also Effekte, virtuelle Instrumente und kannst auf einer exemplarischen Ebene super arbeiten. Da kommt ja auch noch hinzu, dass ja Audio-Software im professionellen Bereich ja auch teuer ist. Ich habe mir beispielsweise für meinen, ich habe im Kellerraum für Musik habe ich also auch noch einen Windows-Rechner stehen und habe eine Cubase-Education-Lizenz. Naja, die hat 200 Euro gekostet. Wenn ich jetzt mit Schülern sowas machen will, da kann ja nicht jeder jetzt 200 Euro ausgeben. Das heißt, auch da ist es so, dass die, dass ich nicht ganz im Profi-Bereich bin von dem, was die Software leistet, aber dass ich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann mit freier Software und eben exemplarisch arbeite. Das funktioniert genauso wie eine Profi-Software. Ich habe also verschiedene Spuren, ich kann Effekte zuweisen und kann in Echtzeit Audio machen. Es ist also viel, viel, viel besser geworden in den letzten Jahren. Auch die Sound-Architektur unter Linus hat sich dramatisch verbessert durch den Einsatz von Pipewire. Was jetzt so langsam aber sicher Puls Audio ablöst. Ich selber habe verschiedentlich schon Ador verwendet und habe auch eine Reaper-Lizenz mir zugelegt, weil in der Podcast-Szene immer Reaper benutzt wird als DAW. Reaper kostet dann nur 60 Euro, insofern ist es recht einfach zu kaufen ohne jetzt großartig Werbung machen zu wollen. Aber es ist auch wirklich eine einfach zu benutzende Software, relativ einfach und es gibt sehr viele Tutorials dazu. Mit Ador könnte man das Gleiche machen, ist aber allerdings ein bisschen sperriger. Was ich lange nicht gewusst habe, die Software Ador ist im Prinzip nicht kostenlos. Aber wenn man Linux installiert, dann ist die immer kostenlos dabei. Wenn man jetzt aber mal versucht, das auf Windows zu installieren, stellt man dann fest, oh, die wollen Geld dafür. Also das, was nicht kostenlos ist, ist der Installer. Das heißt, die Software an sich ist Open Source und demnach auch kostenlos. Und wenn du jetzt unter Windows hergehst und dir eine Entwicklungsumgebung runterlädst und das selbst kompilierst, dann ist Ador unter Windows auch kostenlos. Ja, der Source-Code ist kostenlos. Aber ein fertiges Binary nicht. Richtig. Und dann musst du halt, gut, aber es ist dir ja freigestellt, das runterzuladen und selbst zu kompilieren. Ja, ich habe es mal auf dem Surface getestet, da wollte ich es nicht unbedingt selber kompilieren. Ja, das braucht wahrscheinlich eine Woche dafür. Ja, das ist klar, ich meine, die wollen natürlich, die stecken da viel Arbeit rein, die müssen ja auch von irgendwas leben. und das ist so ein bisschen, also ich glaube, kleine Softwarehersteller haben schon ein Problem mit dem Open-Source-Konzept, weil man ja nicht vergessen darf, mit Linux selbst, mit dem Kernel, wird ja unglaublich viel Geld verdient, dadurch, dass alle IT-Firmen darauf ihre Produkte aufbauen. Selbst Microsoft, die Azure-Cloud, das läuft ja auch alles mit Linux. Das heißt, die großen Konzerne können mit Linux richtig Geld verdienen, aber wenn ich jetzt mit zwei, drei Leuten eine schöne Audio-Software schreibe, dann ist es halt relativ schwer, damit Geld zu verdienen. Dann kann das ein Hobbyprojekt sein, wo ich sage, naja, das macht mir einfach Spaß, ich mache das halt, aber ich glaube, deswegen versuchen dann Leute wie der Azure-Entwickler dann Möglichkeiten, zu finden, ja, wenn ihr das unter Windows benutzen wollt und halt kein, das nicht kompilieren wollt, dann bezahlt es mir doch bitte. So richtig teuer wird es aber wahrscheinlich auch nicht sein. Nö, das war für 20 Euro oder so. Ja. Mich verblüfft nur, ich bin ja jetzt schon jahrzehntelanger Linux-Benutzer und habe jetzt mit Unterbrechungen seit den 90ern eigentlich immer wieder mal Linux eingesetzt und die letzten 10, 15 Jahre permanent nur noch Linux ohne Windows. Ich habe da die ganze Zeit nie auch nur einen einzigen Hinweis gelesen, dass man dafür dann auch mal was bezahlen soll für Ador. Ja, ich habe Artikel gelesen über Ador und dann gibt es ja, glaube ich, auch so einen Spenden-Button auf der Seite. Also, dass da gebeten wurde, was zu bezahlen, das hatte ich schon mitbekommen, auch in der Linux. Wenn man es nur aus den Repos installiert, da kriegt man den Spenden-Button auch nicht so prominent zu Gesicht und auf die Seite geht man dann auch nicht. Ja. Man installiert es einfach und benutzt es. Gut, aber es ist ja halt auch, ich meine, die Lizenz gibt das ja her, der Quellcode ist Open Source, die Distributoren kompilieren das selber für ihre Distribution und dann ist es halt dabei. Ich meine, die Entwicklung profitiert davon ja auch, es können Fehler behoben werden, ich meine, die ganzen Vorteile von Open Source hat man dann ja, aber in der Regel ist es ja, wenn du jetzt eine relativ spezielle Software hast, wie jetzt Ador, ist es ja nicht so, dass sich dann plötzlich 20 superkompetente Entwickler melden und dir dann halt helfen, sondern viele Open Source-Projekte beklagen ja schon das Problem, dass die dann halt das Open Source machen und dann aber trotzdem alles alleine weiterentwickeln müssen. Das ist schon, ist dann schon halt auch anstrengend, also wenn man jetzt, man muss ja irgendwie davon leben, ich meine, wir haben jetzt im Schulbereich, um wieder aufs Thema zurückzukommen, ja das Problem, dass GeoGebra, was ja vom Kernprogramm ja auch Open Source ist, das wurde ja von irgend so einem Hersteller aufgekauft und die wollen da jetzt auch ihre Produkte vermarkten. Wenn jetzt der Staat sagen würde, oh GeoGebra ist eine tolle Software, die wollen wir für Mathe einsetzen, ja dann müssten die halt die Entwickler dafür bezahlen, dass die GeoGebra verbessern und dann würde das dann auch nicht plötzlich von irgendwelchen Konzernen aufgekauft werden. Also Open Source ist was anderes als kostenlos. Und ich denke, wenn man jetzt, ich glaube in Schulen ging es erstmal viel um kostenlos, dass man sagt, ja ich will das und das haben, aber will nichts bezahlen, gut es ist ja auch immer zu wenig Geld da, aber so funktioniert auf lange Sicht Open Source natürlich nicht. Wobei bei uns an der Schule geht es eher um Praktikabilität inzwischen, also es ist ein gewisser Etat da und inzwischen stellt sich die Frage, was kaufen wir jetzt dafür? Also besonders im Bereich KI ist da im Moment große Ratlosigkeit. Wir haben jetzt zusätzlich Geld für KI-Anschaffungen, aber es gibt auch nichts Anständiges, was man dafür einkaufen kann. Und jetzt muss man dann das Geld irgendwie dann anbringen. Naja, also wir hatten eine Fortbildung dazu, Fiete war gelobt worden, kennst du das? Ja. Ja, also ich selber sehe das sehr skeptisch momentan mit der KI, habe allerdings mit meinen Fächern auch den Vorteil, dass ich ja nicht so immense, immense Textmengen irgendwie bewerten muss. Und weil mir Fremdsprachenlehrer zum Beispiel sagen, ja wenn es jetzt erstmal nur um die Sprachrichtigkeit geht und dann kann so ein Tool das machen und mal durchschauen, das ist halt eine immense Erleichterung, dann muss ich das so hinnehmen. Aber wenn ich halt schaue, unter welchen Bedingungen auch diese Modelle erstellt werden, mit Urheberrechtsverletzungen, mit billiger Klickarbeit in Afrika und so, also ich sehe es relativ skeptisch. Also zumal, ich meine, du machst das ja auch schon länger mit der Digitalisierung an Schulen, das wird dann immer wieder eine neue Kuh durchs Dorf getrieben und weil es halt neu und schick ist und so, wollen das dann alle machen und ich sage beispielsweise, naja, jetzt haben wir dieses Konzept mit den, mit den Geräten ab Klasse 9, dann lasst uns doch das erstmal sauber etablieren und damit vernünftige Sachen machen, dann muss man jetzt nicht gleich auch noch mit KI anfangen. Ja, das sehen unsere Oberen ein bisschen anders. Ist leider so. Frage zur Audio-Geschichte, hast du während der Corona-Zeit mal mit Schamulus experimentiert? Ja, habe ich. Und zwar hatte ich da einen Musik-Wahlpflichtkurs, was ja ganz cool ist. Da bin ich also relativ frei, was ich mit denen mache. und dann ist es, also es hat funktioniert, wir hatten da mal eine Session, wo wir gemeinsam musizieren konnten, aber der Knackpunkt war, dass die meisten Schülerinnen und Schüler halt keinen LAN-Anschluss haben. Die sind halt nur im WLAN und mit WLAN funktioniert es halt nicht zuverlässig, sodass wir es dann irgendwann gelassen haben und dann eher so gearbeitet haben, dass dann, dass man einen Klick-Track hat und dann nimmt einer was auf und jemand macht was dazu und solche Sachen. Da haben also, gut, das kommt dann immer ein bisschen aufs Eigenengagement an. Einige Schüler waren dann so gestresst von der ganzen Online-Situation, dass sie gesagt haben, boah, ich schaffe das jetzt nicht, auch noch Musik da zu machen. Aber eine Schülergruppe hat ja sehr schöne, schöne Dinge erzeugt, indem sie sich dann halt die Tracks zugeschickt haben. Also ich habe es probiert mit dem Jamulus, ich habe es auch probiert meinen Kolleginnen und Kollegen mal zu zeigen, aber da war es halt so, die haben ja in der Regel dann Windows und dann habe ich dann in der Fachkonferenz gefragt, habt ihr denn schon mal mit dem ASIO-Treiber gearbeitet? Hatte niemand. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lassen wir das. Also weil da, wenn man, wenn man nicht so eine Grundahnung hat von, von latenzarmen Audio-Betrieb, das muss ich gestehen, da hatte ich dann keine Ambitionen, das meinen Technik uninteressierten Kolleginnen und Kollegen beizubringen. Das ist dann schwierig, ja. Ich habe mal mit einem norddeutschen Zupforchester versucht zu proben. Die hatten das mal so in der Corona-Zeit angeboten, die haben da ein Online-Orchester gegründet sozusagen. Und dabei habe ich festgestellt, dass es da noch andere Grenzen gibt, die man nicht so ohne weiteres beseitigen kann. Ich habe Internet über Kabel. Das ehemalige Kabel Deutschland, das jetzt von Vodafone aufgekauft wurde. Das Problem bei Internet über Kabel, man hat einfach einen zu niedrigen Ping. Und das bedeutet einfach zu große Latenzen im Vergleich zu einem DSL-Anschluss. Das heißt, ich hatte da nie eine Chance, auch mit der an sich schon vorhandenen Latenz bei DSL da im Stroh mitzuschwimmen. Ich war immer zu langsam. Ja, das ist schon auch eine hohe Anforderung. Also ich selber mache halt online Gesangsunterricht, also als Schüler. Ich habe eine Gesangslehrerin, die in Holland lebt. Und da sind wir dann halt über Zoom gegangen. Da kannst du ja dieses Original-Audio anschalten, dass dann die Audiobearbeitung abgestellt wird. Wir suchen da jetzt nach einem anderen Tool. Meine Gesangslehrerin ist allerdings Musical-Darstellerin. Das heißt, die ist weltweit unterwegs. Und die ist dann normalerweise auch im WLAN. Und dann brauchst du mit so Tools wie Jamulus oder da gibt es ja auch Jam Kazem, ist ja die kommerzielle Variante. Das kann die dann halt nicht nutzen. Das heißt, dann machen wir es dann halt so, dass ich dann selber, wenn ich dann ein Stück singe, selber hier das Playback starte. Dann hat man ja auch das Lizenz, Quatsch, das Latenzproblem nicht. Aber da muss man natürlich dann schon auch, also ich bin halt fortgeschrittener Schüler, kann also selber meinen Kram hier begleiten oder starten. Mit einem Anfänger geht das dann halt nicht. Ja, also bei Musikunterricht hat es dann, was ich mitbekommen habe, dann auch immer nur funktioniert mit zwei Personen. Also wenn der Schüler spielt und der Lehrer hört es dann zeitversetzt an und gibt dann sein Feedback dazu. Ja, ja, darauf läuft es hinaus. Ja. Also gleichzeitig simultan miteinander Musik zu machen, ist in den meisten Fällen, soweit ich jetzt mitbekommen habe, immer gescheitert wegen den Latenzen. Ja, ja. Naja, aber gut, ich meine letztlich, es ist ja auch sowieso eine ganz andere Atmosphäre, wenn man dann zusammen Musik macht. Ich meine, für Unterricht, für so einen 1 zu 1 Unterricht, finde ich das okay, weil ich da super klarkomme mit der Lehrerin und dann nehme ich das halt in Kauf, dass es halt online ist. Aber sonst zum gemeinsamen Musizieren ist ja schon auch mehr als nur die reine Klangproduktion. Selbstverständlich. Aber es gibt schon schöne Angebote, die man online wahrnehmen könnte. Also es gibt so alle möglichen engagierten Leute, die da Sachen anbieten zu unterschiedlichen Instrumenten, wo ich mir öfters mal gedacht habe, das könntest du eigentlich auch mal testen. Aber dann stellen sie natürlich die Frage nach der technischen Umsetzung. Es könnte sein, dass bei Studio Link der Videoanteil inzwischen etwas fortgeschritten ist. Ich habe das nicht mehr weiter verfolgt, in dem Forum Sende geht, erfährt man da öfters mal was und natürlich auf der Studio Link Seite dann wahrscheinlich auch. Da müssten irgendwelche Ankündigungen stehen. Soweit ich weiß, hatten die vor, gleichzeitig auch einen Videostream dann zu ermöglichen. Aber das war noch lange Zeit in der Entwicklung und da hieß es dann, das ist dann für die kommerzielle Variante vorgesehen, wenn da mal Geld verlangt wird. Na, ich gucke mir das mal an. Also das Audio, was ich jetzt von dir höre, ist super. Also das ist vollkommen überhaupt nicht vergleichbar mit Zoom oder Big Blue Button. Da hast du ja auch immer Kompressionsartefakte wie verrückt. Also das ist eine ganz andere Liga. Ja, ist richtig gut. Vor allem ist es sehr einfach einzurichten, die Standalone-Version. Ja. Ruckzuck installiert und betriebsbereit, ohne größeren Schnickschnack. Da gibt es auch ein Plug-in für Reaper. Und da muss ich sagen, ist mir alles zu umständlich. Das ist viel einfacher, mir stressfreier mit Studio Link aufzunehmen und das dann hinterher in irgendeine DAW zu schaufen und weiter zu bearbeiten. Ja, ist vermutlich so gedacht, dass du es dann direkt schon in Reaper hast und dann sofort schneiden und bearbeiten kannst für deinen Workflow. Also wenn du jetzt da unter massivem Zeitdruck stündest und zehn Minuten nach dem Gespräch den Podcast fertig haben musst, dann wird sich das lohnen, aber so ist es ja denke ich Quatsch. Ja, die haben ja einen eigenen Zusatz programmiert, der heißt Ultraschall. Der läuft direkt in Reaper beziehungsweise wenn man den installiert, dann kann man Reaper nur noch für Podcast-Aufnahmen benutzen. Ja. Alle anderen Funktionen sind dann nicht mehr direkt zugänglich. Muss man dann auch wissen, wie man es wieder abschaltet, ja. Ja, kann man nicht. Oh. Diese Installation ist damit dann nur noch Ultraschall. Okay. Und wenn einem das nicht gefällt, hat man ein Problem. Also ich habe es da wieder abgestellt. Ich verwende lieber Standard Reaper. Ja. Lange Zeit war das für Linux auch nicht vorgesehen, dieses Ultraschall und man merkt es, es ist extrem Apple-lastig. Und der Workflow ist voreingestellt. Ja, das heißt man muss sich mit dem Workflow anfreunden können, den das System dann bietet oder man hat ein weiteres Problem. Man kann da nicht großartig viel verändern. Das ist dann mit dem Hintergrund entstanden, man will es den Leuten so einfach wie möglich machen. Ja, ihr braucht nicht mehr darüber nachzudenken, was ihr wo, wie einstellt, sondern ihr habt den und den Workflow und so und so müsst ihr es bedienen. Und ein Schritt neben dem Weg ab, Pech gehabt. Hm. Ja. Also ich mache für meine Schule inzwischen auch einen Podcast, habe ich jetzt eingeführt. Hm. Den habe ich seit Januar mit monatlich einer Folge betrieben und da mache ich es so, dass ich mit einem Rodecaster Pro die Aufnahme mache auf SD-Karte und dann mache ich an meinem Linux- Rechner zu Hause weiter, schaufle das in eine DAW meiner Wahl wie Reaper und mache den Podcast dann dort fertig. Ja, ich habe das mal mit einem in einer Musikklasse gemacht, einen Podcast zu einem musikalischen Thema, also in dem Fall Sinfonie war das, wo die dann verschiedene Themen bekommen haben und sollten dann einen Podcast machen. Da hatten wir allerdings noch nicht die einheitlichen Endgeräte und das war dann ein ziemlicher Krampf, weil manche haben das dann mit dem Handy aufgenommen, hatten das dann schlecht ausgesteuert, da haben wir, also man kann natürlich mit dem Handy sowas aufnehmen, aber so ein bisschen Ahnung von Audio muss man halt schon haben, dass man zumindest ein halbwegs brauchbares Ausgangsmaterial bekommt und das wird dann, glaube ich, einfacher werden, wenn wir die einheitlichen Geräte haben. Im Pilotprojekt habe ich mal Erklärvideos drehen lassen, da war dann auch die Maßgabe, dass wir für die Aufnahme die Handys nehmen können und auf den Geräten war, dann die Videoschnittsoftware KDE NLive installiert, wie ich finde, ein sehr schönes Videoschnittprogramm, was eine gute Balance bietet aus Möglichkeiten, also aus Features und Bedienbarkeit und da habe ich sehr schöne Erklärvideos bekommen. Also ich finde, bei den Erklärvideos finde ich es immer attraktiver, wenn Schüler das selber machen, steckt, finde ich, mehr dahinter, als wenn sie das passiv konsumieren. Das ist ja dann auch manchmal qualitativ so eine Sache, was man da geboten bekommt. Also ich muss sagen, bei Podcast-Aufnahmen von Schülern mit Handys habe ich inzwischen mehrfach gute Erfahrungen gemacht. Also es kommt aber schon mal vor, dass einer in der Klasse die Aufnahme verhunzt, aber in den meisten Fällen ist es von der Autoqualität her okay, also besonders bei den iPhones, die können das gut. Ja, das war eine Gruppe, die waren halt aber auch chaotisch und schlecht organisiert und dann haben sie halt diese Aufnahme massiv untersteuert und haben das dann aber noch irgendwie hochgezogen, dann hat es gerauscht und das war dann auch so, dadurch, dass die das praktisch in der Nacht vor Abgabe gemacht haben, dann konnte ich denen dann auch nicht mehr helfen. Das war so, denke ich, mehr ein organisatorisches Problem. Ja, das hat man immer wieder mal. Ja. Na gut, ich würde ganz gerne noch kurz ein bisschen was zu dem Lernstick sagen, den wir da einsetzen, weil was ich halt total toll finde bei dem Lernstick ist, dass man praktisch, man kann sich dieses Image runterladen und dann hast du eine Software-Sammlung, wo praktisch alles drauf ist, was es an bildungsrelevanter Software für Linux halt gibt. Das heißt, Linux wird ja immer so ein bisschen unterstellt, dass das alles so schwierig ist, aber hier bekomme ich ein System, wo schon alles vorinstalliert ist, was ich vielleicht brauchen könnte. Das heißt, hier habe ich die Chance, wirklich auch Arbeit zu sparen. Ja, finde ich cool. Also auch wenn ich jetzt irgendwie iPads habe oder so, dann muss ich ja auch erst mal zusehen, dass ich die ganze Software ins MDM pflege und dann und so und muss ich schauen, was ich da benutzen will. Also auch Arbeit reinstecken in die Recherche. Das ist, finde ich, ein System, was, wenn man sich für Linux und Schule interessiert, unbedingt mal ausprobiert haben sollte. Finde ich sehr angenehm und ansonsten in der Schule, wie gesagt, sind wir unterwegs mit Linux Muster, Nextcloud und Moodle, also den gängigen Tools. Das läuft auch gut und spart uns eben auch Arbeit an der Stelle, dass wir auf allen Systemen dieselbe Software verwenden können. Natürlich darf man nicht verschweigen, wenn man dann so ein System betreibt, eine gewisse Ahnung muss man schon haben. Also von alleine funktioniert es nicht. Aber ich glaube, das ist bei Apple und Microsoft ja auch nicht so, dass es ohne Ahnungen von alleine funktioniert, oder? Das funktioniert nie alleine. Am Anfang hat man eine flache Lernkurve und dann fangen irgendwann die Probleme an. Bei Linux ist die Lernkurve am Anfang ein bisschen steiler und dafür werden die Probleme dann weniger. Ja. Was mich noch zur Frage bringt, wie schaut denn dann der Rechner vom Lehrer aus? Ja, das ist bei uns leider ein unschönes Kapitel, weil wir bekamen halt auch dann während der Corona-Zeit hieß es, ja, es gibt Dienstgeräte und dann gab es aber nur die Auswahl zwischen iPads und zwar einfachstes iPad ohne Stift, ohne Tastatur und Lenovo Notebooks. Aber große, schwere Notebooks ohne Stift, ohne Touch, also keine Convertibles. Und dann hatte ich das ursprünglich so machen wollen, dass ich die Kolleginnen und Kollegen das aussuchen lasse, was sie lieber wollen und dann hat es aber noch geheißen, ja, dadurch, dass ihr an der Schule ja kein Apple habt sonst, also kein MDM, dürft ihr das nicht nehmen, das iPad, ihr dürft nur das Lenovo Notebook nehmen. Und dann hat es noch über ein Jahr länger gedauert als angekündigt, weil der Händler, mit dem die da den Vertrag gemacht haben, dann nicht liefern konnte. Und ich habe mich sehr geärgert darüber, habe dann noch über Kontakte, damals noch über Twitter, habe ich dann also auch Händler gefunden, die hätten liefern können für unsere Schule zum gleichen Preis, ein Convertible, ein einfaches, habe das unserem Schulträger gesagt, hier, schaut mal, der kann liefern, warum nimmt er nicht das? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben ja den Vertrag schon abgeschlossen, wir kommen da nicht mehr raus. Und das hat den ganzen Prozess bei uns ziemlich, hat den Prozess geschadet, einfach weil, wenn ich jetzt ein Notebook bekomme, ein ganz normales Notebook, dann kann ich ja da nicht im Unterricht tolle Sachen mitmachen. Dann kann ich ja nur die Sachen machen, die ich sowieso gewöhnt bin. Und was ihr jetzt habt, das Surface, da würde ich sagen, das ist doch ein super Kompromiss, wo man, wo man mitschreiben kann, wo ich aber andererseits auch ein normales Notebook habe, wo die gewöhnte Software drauflauft, ist schnell und ein bisschen schick. Also von sowas können wir leider nur träumen. Das war bei uns sehr schade. Hinzu kommt außerdem, dass es in Niedersachsen eine einmalige Aktion war. Das heißt, die neuen Kolleginnen und Kollegen kriegen jetzt nur ein Notebook, wenn jemand anderes das abgibt. Also wir kriegen keinen Nachschub und wir kriegen auch keinen Service und keine Wartung. Das ist schade. Und wenn sich jetzt ein Lehrer ein Privatgerät zulegt, um es in der Schule zu verwenden, was wird da so verwendet? Ja, das ist bei uns bunt gemischt. Da gibt es dann durchaus auch einige, die ein iPad haben, weil die halt sowieso mit Apple unterwegs sind und das nutzen. Dann gibt es ziemlich viele, die dann privaten Surface haben und es gibt eben ziemlich viele, die dann auch mich um Rat gefragt haben, die ein Yoga-Gerät von Lenovo haben. Ja. Okay, also bunt gemischt. Ja. Bei dem Surface ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Es ist ein sehr gutes Gerät, aber es hat auch so seine Schwachstellen. Es neigt zur Überhitzung. Wenn man eine Videokonferenz macht, nach einer halben Stunde wird es einfach zu warm. Da sind die Apple-Geräte von der Hardware besser, muss man sagen. abgesehen von den anderen Einschränkungen, die man damit hat. Aber die kriegen das besser auf die Reihe. Ja, naja, die meinst du jetzt auch die MacBooks oder meinst du die iPads? Die iPads. Gut, also wie gesagt, die iPads haben ja, wenn wir benutzen, wie gesagt, BigBlueButton, da haben die iPads das große Problem, dass sie halt keinen Bildschirm teilen können. Dann ist das also auch ein Nachteil. Die MacBooks wiederum mit den neuen Prozessoren, ja, das ist eine technische Meisterleistung, muss man schon sagen. Die sind sehr, sehr effektiv, sehr leistungsfähig und produzieren trotzdem wenig Wärme. Ja. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was du sagen möchtest? Tja, also man, ich bin so ein bisschen am überlegen, wie ich mit den Schülerinnen und Schülern, wie ich noch so ein bisschen besser klar machen kann, was die Vorteile von unserem System sind. Ich habe das natürlich damals auch mit der Schülervertretung beschlossen und die fanden das dann auch toll. Also mit Erläuterung, warum wir das so machen und nicht wie die meisten anderen Schulen hier bei uns in Göttingen, dass wir eben keine iPads nehmen. Aber natürlich gibt es halt auch unter unseren Schülerinnen und Schülern die Apple-Fans, die dann halt ein iPhone haben und dann lieber ein iPad hätten. Und da müsste man, glaube ich, irgendwie eine sinnvolle Gesprächskultur finden, dass man das zumindest nachvollziehen kann. Abgesehen von dem Open-Source-Gedanken finde ich halt auch, du sagst ja auch, eure Schüler lernen Windows kennen. Ich bin der Meinung, es muss in der heutigen Zeit der Umgang mit einem richtigen Betriebssystem gelernt werden, weil in Uni und Beruf mache ich ja auch nicht die Sachen mit dem Tablet. Also ich muss so eine, dass ich Fenster öffnen, schließen, Multitasking, mehrere Programme benutzen, Zwischenablage, solche Sachen. Da bin ich auch der Meinung, dass man einfach mehr lernen kann mit einem vollwertigen Betriebssystem. Also diese Dinge, das müssten wir vielleicht noch ein bisschen klarer in der Masse kommunizieren. Ja. Ich habe selber festgestellt, es ist schwierig, wenn die Schüler die ganze Zeit Microsoft-Produkte benutzen, vielleicht auch selber ein Surface haben, denen da noch solche netten Programme wie Cherrytree nahezubringen, also Open-Source-Software und auf den Wert von Open-Source-Software hinzuweisen. Als ich mal den Schülern da Cherrytree vorgestellt habe und dann im Vergleich zu Wono die Vorzüge von Cherrytree da gepriesen habe, habe ich gemerkt, ich bin da überhaupt nicht durchgedrungen. Ja, ja. So nach dem Motto, wir haben doch jetzt Microsoft Office, wofür braucht man das dann? Ja, und das ist ja auch, also ist ja auch verständlich, die wollen, wenn sie merken, eine Sache funktioniert und dann haben sie da keine Lust, tiefer einzusteigen. Wobei, natürlich gibt es die Ausnahmen. Also ich hatte jetzt letzte Klasse eine, letztes Schuljahr eine Klasse in Informatik, die dann auch schon die eigenen Endgeräte hatte und da haben wir dann gesprochen über Internet, HTML und solche Sachen und dann habe ich gesagt, schaut mal her, mit ein paar einfachen Befehlen könnt ihr selbst einen Webserver jetzt auf eurem Gerät installieren. Und dann fingen da bei einigen an, die Augen zu leuchten, haben die dann da einen Apache-Server installiert und die und dann selber gegenseitig sich die Webseiten über ihre IP-Adresse angemacht. Also vielleicht darf man da auch nicht erwarten, dass man sie dann, dass man alle kriegt. Ich meine, wir machen an der Schule Angebote und dann kann je nach Interesse und Talent können die dann wahrgenommen werden oder eben auch nicht. Mehr als Angebote machen kann man nicht. Dann würde ich sagen, machen wir dann Schluss für heute und wir verabschieden uns und Leute, wenn ihr zugehört habt, ihr findet weitere Tipps in den Shownotes. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ja, danke für die Einladung. Mach's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.